hallo und willkommen zurück bei einer neuen episode mit disana 2 wir sind noch immer auf dem weg zum großpalast müssen aber da erstmal einen weg hin finden und wie wieder überhaupt reinkommen aber vorher werfen wir doch mal hier einen blick auf den schwarzmarkt ja das finde ich auch nett von dir vier neue verbesserungen uiuiuiui sehr viel krims krams ok gucken wir mal wobei moment mal vorher will ich einkaufen was hast du denn bolzen brauche ich nicht brauche ich nicht auch ich brauche ich brauche ich nicht so zufällig eine rune oder irgendwas im angebot was sind das deaktivierte schiene ein paar stochenen techniker kann den strom der schienen abschalten okay gib mir das mal davon bin ich voll davon kann ich mir eins kaufen das brauche ich nicht unbedingt wobei ja dann habe ich auch voll das ist alles voll hier viel mir noch ein paar ok na gut mal ein bisschen eingekauft habe pläne zum verbessern ihrer ausrüstung ja 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 weiß ich auch schon schnelleres nachladen brauche ich das unbedingt ich glaube nicht alles im palast zur sache gegangen sein versetzt gegner sofort in schlaf brauche ich auch nicht die pistole benutze ich sowieso nie so wirklich man kriegt wohl die kunden die man verdient ja ja der fakt plätze gibt die man her könnte mir noch mehr pistolen kugel mitnehmen aber wie gesagt die benutze ich sowieso nie dieses upgrade habe ich schon granaten brauche ich auch nie benutze ich auch nicht so wirklich na ok lassen wir das mal ja wie soll ich dann dir vertrauen also heißt das wenn ich dir nicht vertraue mit einem ratschlag dass ich dann allen anderen vertraue so in die richtung irgendwie klar was keine ahnung okay wir haben ja jetzt gerade eine kleine notiz angekauft so dass hier über eine technik hat in den strom der schienen abschaltet um dass du kender liegt und blablabla ja welcher techniker wo finde ich in den das könnte mir auch ein bisschen genauer erklären das heuler zumindest werden die rot markiert da unten das mag ich überhaupt nicht ja ja ich werde schon nicht auspacken oh ne falle ja hallo wer baut denn sowas hier hin das muss doch irgendwie seine gründe haben oh sehr schön brandbolzen noch mehr brandbolzen und globus was schreibmaschine brauche ich nicht was gibt es denn hier noch alles ich habe jetzt so ein bisschen geld gebracht aber sonst ist hier nicht so wirklich was interessantes noch eine falle die hätte ich fast übersehen okay ach da unten hockt der typ okay ich gehe einfach mal hier entlang rune oder knochen artefakt in der nähe ja wo denn da drin ja wie soll ich denn da hinkommen ich schätze mal probier durch da unten steht eine wache oder ja das ist eine wache was habe ich jetzt für den hinweis bekommen soldaten der gare plan waren von einer schmugglerbande zu stehlen einmal sind das dieselben typen die ich am anfang hier in dem gebiet getroffen habe die mit dem boot das könnte gut möglich sein oder jetzt ist das hier wieder auf der anderen seite der band meine fresse wie soll ihn da es hinkommen eine flutfliege soll sich mal gerne verpissen aber das gute ist hier komme ich anscheinend aufs dach ich hoffe halt einfach mal dass ich von dach aus irgendwie zum windrad komme wo ich dann die lichtwand aktivieren kann ja das windrad ist genau hier sehr schön da habe ich ja mal wieder glücker doch toll da stehen wieder zwei verdammt was wir schreiten hier so keine ahnung was die beiden hier machen holz den vielleicht noch was gutes fleisch eintopft zum abendessen oder so ich bin ein steinwurf am groß palast weg und von überfluss umgebend K terus Ja, kannst du mal bitte auf seinen Kopf zielen, vernünftig? Ach, der will nicht, hä? So. Mal die beiden Sackgesichter hier eliminiert. Was hat der gewürfelt? Ne, acht. Naja, ist nicht so mega gut. Weil ich keine Ahnung habe, was genau die hier gerade gespielt haben, also keine Ahnung. Okay, aber der Strom ist jetzt mal weg. Das ist gut. Das ist gut. Das möchte ich aber trotzdem gerne noch einmal ein Stockwerk nach unten gucken. Und zu den Wachen da unten gehen, die vorhin von den Schmugglern gesprochen haben. Weil ja hier auf der anderen Seite noch immer die Rune wäre und ich keinen Plan habe, ehrlich gesagt, wie man da hinkommt. Moment mal. Ne, das müsste ich hier dann... Hier geht es ja aber nirgendwo so wirklich nach unten, hä? Wenn man hier irgendwo nach unten springen könnte. Ich sehe zumindest nichts. Ich könnte hier rüber aufs Dach. Naja, vielleicht. Ne. Hm. Ich hätte mir jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass ich von hier aus vielleicht irgendwo durchs Fenster komme, aber stimmt wohl nicht so ganz, hä? So, sind die beiden da jetzt noch drin? Jupp, die sind noch da. Was natürlich ein bisschen bescheuert ist. Es gibt auch nicht so wirklich einen anderen Weg da rein, oder? Wenn ich hier jetzt aufmache und gleich losballere, könnte funktionieren. Moment mal. Bevor ich das tue, bevor ich das tue, abspeichern, bitteschön. So habe ich hier eigentlich die... Äh? So, machen wir das mal so. Dann muss ich hier nicht die ganze Zeit ins Menü rein. Und die falsche Taste gedrückt. Das lief ja wunderbar. Naja, so habe ich ihn mindestens zumindest mal gut angelockt. Also, war doch vielleicht gar nicht mal so schlecht. Okay. Jetzt sind wir hier bei denen, die zu den Schmugglern gehen wollten. Ob die hier noch irgendwo vielleicht ein paar schöne Hinweise haben? Hier kann ich nicht durch. Keine Ahnung warum. Hm. Nee, das brauche ich doch alles nicht. Immer noch gegen die Heuleinstaubte, Sir. Trotz allem anderen. Hätte mich hier recht jetzt mal ein bisschen mehr erwartet. Das ist alles nie so mega geil. War ich da hinten in dieser Wohnung schon mal? Ich glaube nicht, oder? Ich würde gerne mal den beschissenen Turm da ausschalten. Wenn das irgendwie geht. Wobei, da könnte ich vielleicht... Vielleicht vielleicht vom Dach aus... Könnte ich da vielleicht was machen. Ja, den habe ich ja vorhin von hier aus gesehen. Den Turm. Ja. Okay. Das geht sich mal leider nicht aus. Überlebe ich da einen Sprung? Hup. Na gut, hat mir ja nicht so mega viel Schaden jetzt gemacht. Oh, was haben wir denn da drin wieder? So, dann hier mal deaktivieren. Das Walöl können wir gerne mal hier lassen. Aber zumindest der Turm stört mich jetzt nicht mehr. Ach, wahrscheinlich komme ich hier zu der Rune. Alles klar. Ups. Hallo, Leute. Okay, dass die Nester hier so weit oben hängen, das finde ich nicht so geil. Ey, 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 ey. Ganz ruhig bleiben, Freunde. Oh, dann muss ich euch wieder mit den Brandbolzen kommen. Hä? Oh, da gehen sie alle in Flammen auf. So, machen wir das hier noch weg. Oh, wie sie alle verbrennen. So, das hier noch kaputt. Sollte ich hier zumindest so halbwegs mal meine Ruhe haben. Ach, da sind noch ein paar. Geht weg. Wo geht denn hier hin? Komm ich hier irgendwie unten durch? Ne. Warte mal, hier geht es aber wieder draußen auf den Gang, oder? Sieht man nicht so ganz. Was? Ach, wo kommst denn du her? Wo zur Hölle? Wo kommst denn du her? Hey. Oh, scheiße. Seit wann kann man aus den Blutfliegen raus? Das ist aber auch neu, oder? Irgendwo höre ich noch fliegen. Aber ich weiß nicht, wo die sind. Naja, auch egal. Klavier. Ja, mal ein bisschen klimpern. Ups. War vielleicht nicht so die cleverste Idee, hier mal ein bisschen zu klimpern. Naja, hier wird schon niemand reinkommen. Hoffe ich mal. So, ich hätte mal gerne das hier. Dankeschön. Und dann sollten wir hier ja mal die Rune haben. Ja, sehr schön. Eine neue Rune. Was haben wir hier dann noch? Ah, da ist ein Gemälde, das ich mitnehmen kann. Ah fuck. Das ist wieder so ein Nest, wo ich nicht vernünftig rankomme. Oder einfach doch. Natürlich komme ich hier vernünftig ran. So. Komm her, Blutfliege. Lasst mich einfach in Frieden. Okay. Der Raum ist clean. Eine Silberbahn. Wer zur Hölle legt einfach mal so eine Silberbahn in den Nachttisch? Das macht ja auch keinen Sinn. Dort und die Parabel der verlorenen Jahreszeiten. Okay. Gib mal her. Von einem Bewunderer Dords. Lieber Alfred, ich habe das Buch erhalten ein guter Fund. Aber ich habe ehrlich gesagt Zweifel an seinem historischen Wert. Das Messer von Dunwall sollte den Mord an der Tyrannin Jessamine bereut haben. Ich sehe mir gerade sein Porträt an. Ich vermute, Dort wusste, dass das Schicksal seiner Hand führte. Fest und unnachgiebig. Das Buch war dennoch unterhaltsam zu lesen. Also noch einmal Danke. Schicke mir weiterhin alles zu, was du über diese mysteriöse Person herausfindest, die wir beide so bewundern. Dein Freund Claudio. Also die bewundern dort. Dort kennt man ja aus dem ersten Teil. Konnte man dann auch im DLC, in einen von den beiden DLC, ich weiß nicht mehr in welchen. oder spielte man in den beiden? Egal, in irgendein von dem konnte man den dann selbst spielen. Ja, ja, und hier noch so ein bisschen die Geschichte von dort. Alles klar, alles klar. So, okay. Die Wohnung hier mal gut ausgeräumt. Dann kann ich mich hier zumindest noch ein kleines bisschen heilen mit den Früchten. Hui, noch ein Globus. Drehen. So, dann möchte ich jetzt ehrlich gesagt noch gerne darüber in diese Wohnung. Wobei ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob ich da nicht schon mal drin war eventuell. Kann ich eigentlich schon auf die Gleise? Habe ich die mit der Windmühle jetzt auch deaktiviert? Oder war das nur für das Ne, okay, ich kann mich hier bewegen, aber ich werde gesehen. Finde ich nicht so gut. Hätte ich mich vielleicht ducken sollen, wäre vielleicht besser gewesen. ein Perlmuttfächer, ja, wunderschön. Oh, da ist das Knochenartefakt. Hm, sehr, sehr viele Kerzen hier. Richtig viele Kerzen. Und Badesalz. Welches haben wir denn hier? Wie ist das jetzt? Leichenbestatter oder was? Oder wie? Oder wer? Oder warum? Du bewegst dich etwas schneller, wenn du jemanden trägst. Na gut, kann ich mir vielleicht gebrauchen. Ich kann hier sowieso noch ein bisschen mehr ausrüsten. Ist natürlich auch ganz praktisch. Du gewinnst leicht ein Kämpfen mit verkeilten Schwertern. Hm. 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 Dein Angriffsschaden ist bei niedriger Gesundheit erheblich höher. Das können wir mal nehmen. Davon habe ich keine Nachteile jetzt. Aha, aha, aha. Aha, okay. Ich nehme mal eins von den dreien hier. Ich weiß noch nicht so genau welches, aber irgendeine von den dreien wird es werden. Ja, ich nehme mal das hier. Auch egal. So. Dann habe ich meine Artefaktplätze mal wieder ein bisschen aufgefüllt. Was haben wir hier? Hm, ein bisschen Fladenbrot. Lecker, lecker. Weg mit den Maschinen von Kanakas Straßen. Neben der vor seltsamen Geräuschen nach etwa dem Rasseln einer Fabrikmaschine, sonst trefft ihr womöglich sofort auf die neueste Schöpfung unseres Große Erfinders Tschendos. Okay, ich kann mir schon denken, was ich damit meine. Wahrscheinlich seine schönen mechanischen Soldaten. Ui, Globus, drehen. Brief an Lucia Pastors Mutter. Bin ich hier jetzt in seiner Wohnung? Hör zu, sag mir bitte nicht böse. Ich weiß, dass du in meine Wohnung kommst und aufräumst. Du meinst das sicher gut, aber bitte hör auf damit. Ich habe beschlossen, in den Staubbezirk zu ziehen, damit dich näher an denen, die Hilfe brauchen und auch aus anderen Gründen, aber die erwähne ich nun nicht, du würdest dich nur aufregen. Ich glaube jedenfalls nicht, dass ich je in den Palastbezirk zurückziehen werde. Ich lasse mir eine Wohnung verkaufen, zusammen mit den Möbeln. Ich weiß, du wolltest etwas anderes für mich, aber so bin ich nun einmal und vergeude nicht mehr deine Zeit, um mir einen Mann zu suchen. Ich will nicht heiraten. Ich meine das alles nicht böse, versuche bitte mich zu verstehen. In Liebe, Lucia. den Arm haben wir doch schon mal ein bisschen gehört, oder? Okay. Dann ist jetzt die gute Frage, was als nächstes? Mal hier in die Mitte. Und ich würde jetzt irgendwie gerne nochmal zu den Schmugglern zurückgehen, ob sich da irgendwie irgendwas getan hat. Das wäre mal interessant, aber um ehrlich zu sein, ich habe keinen Plan mehr, was der richtige Weg ist. Hm. Nein, kann ich, du sollst dich an die Gleise, bitte. Oh Gott. So, gehen wir hier einfach mal entlang. Jetzt gehe ich zwar wieder von meinem Ziel weg, aber ich will halt nochmal zu den Schmugglern gucken, ob sich da jetzt irgendwas getan hat und ich jetzt vielleicht auch auf das Boot kann, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, aus welcher Richtung ich dazu mal gekommen bin. Bin ich hier richtig? Ich gehe jetzt einfach mal runter hier in die Gasse. Aber ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich glaube, hier bin ich wirklich richtig. bei denen ist alles noch ganz normal. Hm. Da hätte ich mir jetzt ein bisschen was erwartet, dass ich die hier vielleicht mit den Wachen jetzt irgendwie ein bisschen prügeln, aber anscheinend nicht. Na gut, dann halt nicht. eine Karte, die kann ich ja mitnehmen. Sehr schön. Hatten wir hier sonst noch irgendwas von Interesse, das ich jetzt vielleicht übersehen habe? Ich will mich hier noch gerne einmal umgucken, bevor wir uns auf den Weg zum Palast machen. Jetzt habe ich schon wieder mal eine Wache. Stimmt, hier hatten wir ja diesen Laden. Die spielen Würfel-Poker. Ist für mich auch nicht so wahnsinnig interessant. Na ja, ich will jetzt auf die Schnelle hier nichts irgendwie finden. Was irgendwie noch von Interesse wäre, war ich da drüben schon? Ja, da war doch der Bildhauer, oder? Ja, genau. Okay. Na gut. Hier ist nicht wirklich mehr allzu viel von Interesse. Hier waren wir auch schon drin. Okay, gut. Ich glaube, ich habe hier mal sehr viel zumindest entdeckt wahrscheinlich nicht alles. Denn hier ist zumindest noch ein Knochen-Artefakt übrig. Moment mal. Da hinten ist noch ein Schrein vom Dings-Pumps-Dings. Hier vom Outsider. den will ich aber gerne haben. Den möchte ich gerne haben. Also gut. Okay, dann werden wir uns in der nächsten Episode noch die eine Rune da hinten holen. Und dann machen wir uns auf den Weg in den Palast. Und wie gesagt, das alles in der nächsten Episode. Und bis dann euch. Tschüss, auf Wiedersehen. Und man sieht sich.